Woran erinnerst du dich, Fletcher? Ich meine, als du weg warst. Irgendwas? Ich fürchte an nicht viel. Ich war auf dem Kommando-Shuttle und dann ganz plötzlich war ich es nicht. Da war Dunkelheit und alles, was ich tun konnte, war meine Subroutinen am Laufen zu halten. Daran meine Daten zu schützen, war nicht zu denken. Sie vor was zu schützen? Ich weiß es nicht. Ich wurde recht invasiv auseinandergerupft und untersucht. Ich habe eine Kommunikationsroutine bemerkt, aber es war so gut wie unmöglich, diese zu nutzen. Wir haben dich gehört, ein wenig. Gut zu wissen. Es hat zu viel gekostet, zu kommunizieren. Aber genug damit. Commander, da sind Aliens am Horizont. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Ich sehe, dass... Bitte? Das war's für heute.